Hallo und herzlich willkommen zum Tippspiel für die Relegation der 1. und 2. Fußball-Bundesliga. Die Saison ist durch, 34 Spieltage sind gespielt, bzw. 38 Spieltage, denn, und da springen wir jetzt zuerst rein, Liga 3 ist vollkommen abgeschlossen. Ich habe es nochmal geschafft, auf Platz 1 hochzuspringen, 18 Punkte, Top-Tipper geworden. Vielen, vielen Dank an die Teams, die mir das ermöglicht haben. Ja, ich habe es wirklich noch geschafft, an Jean vorbeizuspringen. Vier Punkte Vorsprung und insgesamt neuneinhalb Tagessiege. Es wird nochmal eine etwas tiefere Aufarbeitung der Tipprunde geben, aber da warte ich, bis die Relegation durch ist und wir dann auch da endgültig die genauen Punktestände kennen. Ja, ansonsten bedanke ich mich jetzt an der Stelle auch schon mal bei allen, die mitgemacht haben und freue mich natürlich, wenn ihr dann nächstes Jahr auch wieder mit dabei seid. Die Tipprunde hier wird wahrscheinlich auch wieder archiviert, so wie hier unten die letzte Tipprunde, beziehungsweise die Tipprunde aus der letzten Saison. Genau. Und dann wird das Ganze hier resettet und wir starten Mitte August dann in die Saison 23-24. Ja, dann geht es weiter in Liga 2. Da habe ich nur 5 Punkte holen können. Top-Tipper ist geworden Frankie. Gratulation, 12 Punkte. Und ja, Gratulation auch an Jean auf Platz 1. Ist auf jeden Fall uneinholbar, auch wenn die Relegation natürlich noch dazu kommt, aber es sind nur zwei Spiele, die maximal 5 Punkte bringen. Heißt also, ja, 10 Punkte insgesamt. Ich komme da auf jeden Fall nicht mehr ran. Also, die Top-3 hier, Andy auf der 3, 281 Punkte. Ich dann eben auf der 2 mit 318 Punkten und Jean mit 332 Punkten auf der 1. Sehr, 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 sehr cool. Ja, und dann gehen wir auch mal auf die Tippabgabe. Wir tippen ja jetzt wirklich nur ein Spiel hier, und zwar das Hinspiel. Das Hinspiel in der Relegation, WN Wiesbaden, Arminia Bielefeld. Ja, wir schauen noch mal auf die Tippabgabe mit Spielinfos. WN Wiesbaden auf Platz 3 in Liga 3 sah alles eigentlich schon nach einem perfekten Aufstieg aus, und dann geht es halt mit Osnabrück so richtig ab. Ich weiß nicht, inwieweit einen das jetzt belastet, wie weit das jetzt im Hinterkopf noch irgendwie schwebt. Bielefeld, ja, auch mehr schlecht als recht. Es gab nur einen einzigen Sieg aus den letzten 8 Spielen. Und ich habe echt Schwierigkeiten, das zu tippen. Ich kann mich nicht entscheiden und sage deswegen auch unentschieden. 1 zu 1 im Hinspiel wird also nachher alles dann im Rückspiel entschieden. Genau, das hier werde ich erstmal nicht tippen, weil, wie gesagt, ich warte dann das Hinspiel ab und schaue dann mal, was man tippen kann. Genau, das heißt, wir gehen jetzt rein in Liga 1, schauen erstmal auf die Tippübersicht. Und ja, ich bin, ja, safe, Dritter bin ich noch nicht. Ich kann auch noch Zweiter werden. Jean aber hier, meine Güte, Jean aber hier auch wieder uneinholbar vorne. 12 Punkte Vorsprung vor Cem bedeutet also, auch er, oder auch in dieser Liga ist Jean nicht mehr einholbar. Gratulation, zwei Siege. Und Liga 3 ist es dann ja sogar Platz 2 gewesen. Also sehr, sehr gut über die gesamte Saison dabei gewesen in allen Ligen. Ja, und bei mir kann noch vieles passieren. Zwischen Platz 2 und Platz 5 kann ich noch hier hin und her geschoben werden. Ich hoffe mal, dass das irgendwie nicht mehr der Fall ist. So, dann schauen wir mal auf die Tippabgabe. Stuttgart gegen den Hamburger SV. Ja, und auch hier in Hamburg wurde schon gejubelt. Da wurde in Regensburg noch mal ein bisschen was draufgelegt an Spielzeit. Nur so ein kleines bisschen. So, und wir haben die Stuttgarter. Die konnten in den letzten drei Heimspielen nicht einen einzigen Sieg einfahren. Eine Niederlage und zweimal unentschieden. Die Hamburger konnten die letzten drei Pflichtspiele gewinnen. Die letzten vier sogar ohne Niederlage. Auch hier tue ich mich schwer. Sehe aber irgendwie den VfB so ein bisschen vor. Ich sage 2-1 Stuttgart. Ja, das ist es dann. Stuttgart, Hamburg 2-1. Und hier in Liga 2 noch mal. Gucken wir auch noch mal gerne rein. Wien, Wiesbaden, Arminia, Bielefeld 1-1. Spiel wird hier am 2.6. abgehalten. In der 1. Liga ist es der 1.6. Und ja, mehr habe ich dazu auch gerade nicht zu sagen. Wir werden uns dann am 4.6. wahrscheinlich noch mal hören. Wenn es dann zum Tippen geht auf die, oder für die Rückspiele. Das ist ja hier der, ist ja hier der 6. genau. Genau, wenn wir dann eben die Rückspiele tippen werden. Und wie gesagt, im Anschluss, wenn dann wirklich alles safe ist, dann wird noch mal durchgegangen. Wer wie gut getippt hat, wie die jeweiligen Tipptabellen aussahen und so weiter und so fort. Wird auf jeden Fall spannend. Freue mich drauf. Und ja, dann wünsche ich euch interessante Spiele. Schreibt mal gerne in die Kommentare, für welche Vereine ihr in den jeweiligen Spielen seid. Gönnt ihr es dem HSV wieder in die 1. Liga zu kommen? Ich habe ihn schon zum Klassenerhalt gratuliert, ehrlicherweise. Wir schauen einfach mal. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da startet gerade einer durch. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ja, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.